ein neuer tag ein neuer booster und damit herzlich willkommen so der kartentrick auch bei call of cthulhu gibt es einen kartentrick und wir legen hier heute los mit akklo sah barort anbietung von ütl anbietung des ab dann straßenprediger maske der weisheit anbietung des mart maske der triune dann die erste ankommen seenot fixer klassizist und die rare karte ist heimgesuchter nebel dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dann ciao bis dann